Hallo liebe Freunde, ich bin's wieder, der Chilliard Dog, mit SSBB Challenge. Freak ist heute unser Gegner, er nennt sich Freak, ist auch ein SSBB Freak, wer weiß es nicht. Und ja, er möchte mich wie im letzten Kampf fertig machen. Letzten Kampf habe ich ja leider verloren. Und ja, wow, episch. Link gegen Toon Link. X-Day. 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 Noo, Sir. Und ja. Und ja. Wie geht's? Mir geht's gut. Noch. Ein gewisser Freund, der meine Videos guckt, wird jetzt auch denken, wenn ich jetzt sage, mir geht's gut, dann wird er aber was ganz anderes denken. Haha. Und ja. Und ja. Und ja. Haha. Und ja. 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 Und ja, das war ein bisschen zu einfach. Oh, ich habe den Boomerang. Oh, noch mal Boomerang. Wie? Oh. So. Und down. Gib alles. Ja. Ähm. Hallo? Wir sind ja mal fair. Sorry. Äh, hallo? Mitten in der Challenge gehen ist nicht. Oh, jetzt ist er wieder da. So. Und... ...eselfon, zum zweiten Mal! Mist, das war nicht grade sehr gesundheitsfördernd. ja das aber auch nicht und das auch nicht erster teil sie geht an mich epischer kampf link wo es ist tun geht an mich ja wir riskieren mal was auch wenn ich mit ihr eigentlich gar nicht so gut bin sie kann sie kann so das ist das einzige worauf ich sie eigentlich mal nehmen da 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 warum zur hölle sind wir auf einer egal ich frage gar nicht nehmen wir jetzt einfach mal an die stage und fertig ist so was sollte normalerweise mit abgesprochen werden die map hält sich aber auch noch in grenzen da sie ja ja das war nett von dir die potato locken müssen marks Oh, 1-1 Ja, und da hauen wir nochmal rein Mit dem, ich weiß gar nicht was das in echt ist Kann jemand von euch sagen, ein Metroid-Fan Ja, geschenkt Los, ausweichen, weg da Und nochmal, weg So, aufladen, 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 aufladen Bams Scheiße So Okay, der Kampf ist eigentlich auch nicht Wirklich relativ schwer Sagte er und starb Sagte er und starb Also im Gegensatz zum letzten Kampf ist das nicht wirklich hier die Der Oberburner, aber Ha, Burner Und dann brennt er auf einmal Gib alles! Ja Zumal ich auch nicht mit Hallo YouTube Hat er einfach nochmal seine Skins verarbeitet hier Oha Okay Okay So wie es aussieht wird es auf ein drittes Match hinauslaufen müssen Und ausweichen Nein Dumm, 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 dumm 1-1 Okay Tun link Und Stage werden sich hier nicht aussuchen Normalerweise Aber okay So Weil wir es können Letzte Station So Dieses Let's Play Würde normalerweise Wenn sowas nochmal kommt Nicht hochgeladen werden Weil Ja Es waren ganz krass die Regeln missachtet Ich habe gesagt Wir nehmen keine Also ganz krass nichts Sie wurden einfach nur missachtet Aber okay Ich habe kein Problem damit Wenn man sowas macht Aber dann kann man wenigstens vorher fragen Und Wenn ich dann ja sage Weil ich gute Laune habe Sag ich ja Und wenn ich nein sage Sag ich nein Und jetzt macht er so eine Cellphone-Taktik Oh Mann ist das wieder geil So Er will mich wieder Greifen Und von der Stage Meißen Was ihm diesmal Nicht gelungen ist Ja Und diesmal nicht Wow So Aber seine Cellphone-Taktik Bringt hier irgendwie Gornix gerade Und tschüss Jetzt verliere ich auch noch dadurch Oder was Geile Sache Ja Also ich bin ein bisschen angekotzt Dass ich hier mal wieder Eine Stage aussucht wurde Aber Ja Das war der Kampf gegen Freak Ich bin der ChilioDoc Hier sind meine Fans Bis zum nächsten Mal Freunde Ciao Ciao Dum 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 Ich bin der ChilioDoc Ich bin der ChilioDoc